Heute machen wir zwei Iselkarten. Das sind Karten, die man schön aufstellen kann, damit sie passend bewundert werden können. Die eine ist ein bisschen aufwendiger und hat ein verstecktes Fach für einen Gutschein. Die zweite ist ein bisschen einfacher. Für beide verwende ich das neueste Tonic Craft Kit Nummer 78, das heißt Gem Pot. Da sind sowohl die Stanzen als auch die Stempel für die Karten enthalten, als auch die Materialien wie das Papier oder Nuvo Drops und viele andere Sachen. Natürlich braucht man nicht unbedingt diese Stanzen, um jetzt eine Iselkarte herzustellen. Auch wenn ihr dieses Tonic Craft Kit nicht habt, hoffe ich, dass ihr in dem Video einige Tipps und Tricks findet, wie ihr selbst eine Iselkarte mit Stanzen aus eurem Vorrat herstellen könnt. Mein Name ist Julia, ich bin begeisterte Kartenmacherin und Papierbastlerin aus Österreich. Willkommen auf meinem Kanal Julis Kreativschatzkiste. Ich habe ein Abonnement für die Tonic Craft Kits und ich liebe sie wirklich heiß. Jedes Monat bekommt man eine Box mit ganz vielen tollen Goodies. Mit dem aktuellsten Tonic Craft Kit kann man dieses Erdbeerglas herstellen. Man bekommt dafür eine Reihe von Stanzen mit verschiedensten Mustern und Möglichkeiten, dieses Erdbeerglas zu schmücken und auch die passenden Stempel dazu, sowie natürlich eine Anleitung und viele andere Überraschungen. Dieses Erdbeerglas kann man dann entweder mit einem versteckten Gutscheinfach basteln oder eben ohne. Beide Varianten zeige ich euch heute in diesem Video. Und wie schon gesagt, werde ich meine Karten als Iselkarten gestalten, also mit einer eingebauten Aufstellfunktion. Zum Basteln verwende ich diesmal das Papier, das ebenfalls im Tonic Craft Kit enthalten war. Hier blättere ich schnell durch, aber ihr könnt natürlich jedes beliebige Papier dafür verwenden. Ich fange jetzt mit der ein bisschen aufwendigeren Karte mit verstecktem Gutscheinfach an und habe mir hier schon ein paar Teile ausgestanzt. Nämlich die Basisform in rosa, dann die Ebene mit dem Muster mit der passenden Stanze für die Außenschnittkante und ein Etikett und da habe ich diese Linienstanze auch gleich hineingestanzt. Außerdem habe ich mir gleich einen Kreis ausgestanzt und alles weitere für mein Sentiment, meine Großbotschaft hergerichtet. Das ist ein Thanks very much, passend zu den Erdbeeren. Und all diese Teile habe ich mit Flüssigkleber einfach übereinander geklebt. So habe ich schon mal die Kartenfront für meine erste Karte. Im nächsten Schritt konstruiere ich mein Gutscheinfach. Dafür brauche ich diese Stanze hier, laut Anleitung 9 mal. Es kommt natürlich auf die Dicke des Papiers an, aber der Rahmen muss jedenfalls so breit sein, dass sich die Gutscheinkarte und das dafür vorgesehene Fach frei bewegen lassen. Und diese ausgestanzen Teile werden dann einfach mit Flüssigkleber aufeinander geklebt. Da meine Basiskarte ja eigentlich in rosa gehalten ist, habe ich anschließend das im Tonic Craft Kit befindliche Nouveau Jog Mousse sowie die auch enthaltene Blending Brush verwendet und habe den Rand meines Rahmens außen rosa eingefärbt. Im nächsten Schritt habe ich meinen Gutscheinkartenhalter konstruiert. Dazu brauche ich diese zwei Stanzen hier und ich habe die größere gleich zweimal ausgestanzt, damit ich sie verstärke. Wenn man diesen Gutscheinkartenhalter verstärkt, muss man eventuell auch die Rahmenbreite im Schritt davor anpassen. Dieser Gutscheinkartenhalter hat zwei Falzlinien ziemlich knapp beieinander. Hier ist es ratsam, irgendein sehr widerstandsfähiges Lineal, meines ist es, das Metall zu nehmen und die Falzlinien so zu verstärken, damit man die wirklich schön herausarbeiten kann. Das Gutscheinkartenfach kann man jetzt entweder einfach auf die Vorderseite eines dieser großen Papierstücke aufkleben oder ich habe es so gemacht, dass ich die Faltlaschen auf der Rückseite des einen großen Papierstückes anklebe und dann einfach das zweite große Papierstück obendrauf klebe. So habe ich das Gutscheinkartenfach zusätzlich fixiert und gesichert. Wichtig ist, dass man beim Anbringen des Gutscheinfaches darauf achtet, dass man bei der richtigen Falzlinie anklebt und faltet, nämlich bei der äußeren der beiden Falzlinien, die so knapp nebeneinander liegen. Damit die Gutscheinkarte dann auch den Platz in ihrem Fach hat. Wie ihr später sehen werdet, sieht man bei einer Iselkarte ja einen Teil der Rückseite dieses Erdbeerglases. Daher habe ich mir diese Grundform jetzt noch einmal aus dem rosa Papier ausgestanzt und klebe diese wieder mit Flüssigkleber auf die Rückseite meines Rahmens. Und für den Deckel meines Rahmens habe ich wieder die vorgesehenen Stanzen verwendet und diese wieder aus dem rosa und dem grünen Glitzerpapier ausgestanzt. Als Kartenbasis habe ich ein ebenfalls im Kit befindliches 300 Gramm schweres Elfenbein farbernes Papier verwendet. Es ist ein A4 Papier, das ich einfach in der Mitte zerteilt habe. Es hat also eine Breite von 10,5, normale A6 Kartenbreite. Dann habe ich auf der Hälfte der langen Seite mit meinem Scoreboard eine Faltlinie gezogen und dann auf der Vorderseite der Karte in der Hälfte der Hälfte, also im Viertel der gesamten Länge, nochmals eine Falzlinie gezogen. Wenn man also die lange Seite meines Papierstücks betrachtet, sind die Falzlinien bei 14,8 cm und 7,4 cm. Die Falzung habe ich dann gut mit meinem Bonefolder verstärkt. Und so würde dann eine einfache Iselkarte ausschauen. Ich möchte aber, dass man den Kartenhintergrund beim Aufstellen nicht sieht, sondern nur den Erdbeertopf. Daher muss ich noch ein paar weitere Schritte zum Fertigstellen meiner Iselkarte vornehmen. Zuerst habt ihr gesehen, dass ich mit Bleistift auf der Karte angezeichnet habe, wo ungefähr der Deckel des Erdbeertopfes beginnt. Denn bis dahin möchte ich die Blankokarte auf den Seiten wegschneiden. Dann nehme ich wieder diese Stanze für die Grundform meines Erdbeertopfes und ich befestige sie so, dass die Schnittkante der Stanze am oberen Ende etwas über meiner Markierung zum Liegen kommt. Ich will hier ein Partial Die Cutting durchführen. Also ich will beim Stanzen, dass die oberste Schnittkante eben nicht mitgestanzt wird, sondern nur der Rest der Form ausgeschnitten wird. Und das erreiche ich, indem ich die oberste Platte von meinem Sandwich so lege, dass eben diese oberste Schnittkante herausschaut und nicht von meiner Platte bedeckt wird. Und so schicke ich das Ganze durch meine Stanzmaschine. Im Ergebnis seht ihr also, dass genau die obere Schnittkante nicht geschnitten worden ist, aber unten sehr wohl die Form meines Erdbeertopfes genau ausgeschnitten worden ist. Mit der Schere habe ich dann einfach den unteren Teil meiner Aplankokarte völlig weggeschnitten auf beiden Seiten. Und damit habe ich dann meine Iselkarte genau in der Form meines Erdbeertopfes. Jetzt wird es Zeit, meinen Befestigungsmechanismus zu basteln. Das ist nichts anderes als ein erhöhtes Papierstück in irgendeiner Form, wo meine Iselkarte sich einhängen kann, damit sie nicht wieder umklappt, sondern stehen bleibt. Ich verwende hierzu wieder das Etikett des Erdbeertopfes, das ich in grün ausgeschnitten habe, und einen passenden Stempel, der ebenfalls im Kit enthalten ist. Da mein Etikett genauso groß ist wie der Stempel, kann ich hier die Magnete nicht zur Befestigung in meiner Stempelhilfe verwenden. Und daher habe ich ein temporäres Klebeband verwendet, um mein Papieretikett an der Rückseite der Stempelhilfe festzukleben. Ich will den Stempel heatembossen mit Embossingpulver in Roségold und verwende hier auch mein antistatisches Pulver. Da das Papier eine Textur hat, stemple ich den Stempel öfter mit meiner Embossingink. Ich habe mir dieses Etikett nicht nur in grün, sondern auch zweimal in weiß ausgestanzt, damit da eine gewisse Höhe da ist und sich die Karte auch wirklich einhaken und befestigt werden kann. Und diese verschiedenen Papierschichten klebe ich einfach mit Flüssigkleber übereinander. Bevor ich das jetzt aber auf meine Karte aufklebe, möchte ich noch den Hintergrund auf der Karteninnenseite verziehen, solange die Karte flach ist, denn da kann ich noch schön stempeln. Ich verwende Blumen- und Erdbeerstempel, die ebenfalls im Kit enthalten sind und stemple diese jetzt in rosa auf den seitlichen und unteren Rand der Karteninnenseite. In der Mitte soll ja Platz bleiben für meine persönliche Großbotschaft. Damit ich die Stempel schön platzieren kann, aber diese nicht immer reinigen muss, verwende ich ein Stück durchsichtige Verpackungsfolie und erst darauf platziere ich mir dann den Stempel für meinen nächsten Stempeldurchgang. Ich wiederhole diesen Vorgang so lange, bis meine Karteninnenseite überall da bedeckt ist, wo man sie sieht von außen. Das gleiche Stempelmuster habe ich dann auf der Kartenaußenseite im Bereich des Deckels ebenfalls aufgebracht. Und jetzt ist es soweit, ich kann meinen Erdbeertopf an meine Iselkarte ankleben. Ich verwende wieder Flüssigkleber. Und auch zum Ankleben meiner Fixierung auf der Karteninnenseite kommt der Flüssigkleber nochmal zum Einsatz. Ich habe hier ausgetestet, wie aufrecht mein Isel stehen soll und genau dort klebe ich dann meine Fixierung an. Und damit ist unsere erste Iselkarte mit einem geheimen Gutscheinfach auch schon fertig. Ich finde sie ist wirklich schön geworden. Meine zweite Karte geht recht ähnlich zum Konstruieren, nur sie ist nicht ganz so aufwendig wie die erste. Ich habe mir hier schon die Kartenfront vorbereitet aus grünem Papier und habe mir zusätzlich die Erdbeeren und Erdbeerblätter sowie das Sentiment mit den dazugehörigen Stanzen ebenfalls ausgestanzt und aufgeklebt. Außerdem habe ich mit meinem weißen Gelstift die Punkte auf die Erdbeeren aufgebracht. Dieses Paneel klebe ich jetzt auf meine Grundform, welche ich mir zuvor aus grünem, matten Glitzerpapier ausgestanzt habe. Für eine ausgewogene Farbbalance zwischen dem Rot und dem Grün habe ich mir diese rote Blume aus dem Muster noch einmal aus rotem Papier ausgestanzt und klebe die Blütenblätter mit der Inlay-Technik auf meine Kartenfront. Und auch hier füge ich wieder Details mit meinem weißen Gelstift dazu. Die Basiskarte mache ich genauso wie bei der vorigen Karte. Ich verwende die zweite Hälfte meines Papiers mit 300 Gramm und füge eine Falzlinie an der langen Seite gesehen 14,8 und 7,5 cm auf einer Seite hinzu. Das verstärke ich gut mit meinem Bonefolder. Hier will ich dann meinen Erdbeertopf aufkleben. In diesem Fall will ich nichts mehr wegschneiden, sondern die Iselkarte wirklich auch so lassen. Anschließend habe ich mir alle Teile, die ich noch für meine Kartenkonstruktion benötigen werde, ausgestanzt. Das sind einerseits die Erdbeeren. Hier habe ich acht Stück ausgestanzt, da ich diese für den Befestigungsmechanismus im Inneren der Karte verwenden möchte und daher eine gewisse Höhe brauche. Außerdem habe ich mir den Deckel für meinen Erdbeertopf sowie die dazugehörige Verzierung auch ausgestanzt. Um diesen Deckel jetzt auf den Topf zu befestigen, brauche ich noch einmal das Papierstück, das ich vorher für mein Gutscheinfach verwendet habe. Ich mache in diesem Fall kein Gutscheinfach, aber dieses Teil ist perfekt als Verbindungsstück zwischen Topf und Deckel. Ein zusätzlicher angenehmer Effekt ist, dass auch die Rückseite meines Erdbeertopfes mit diesem grünen Glitzerpapier ganz schön ausschaut. Natürlich wird nicht der gesamte Erdbeertopf von dem Papier bedeckt, aber wenn es einen stört, könnte man noch einmal die Grundform des Topfes ausstanzen und hier aufkleben. Im nächsten Schritt klebe ich also alle Bestandteile meines Erdbeerglases zusammen. Ich habe auch schon die Erdbeeren, die ich zum Fixieren verwenden möchte, übereinander geklebt, und zwar jeweils vier Stück und dann auch noch die Erdbeerblätter ergänzt. Auf der Karteninnenseite habe ich dann noch einen Stempel You Deserve This, ebenfalls aus dem Tonic Kit, aufgestempelt. Jetzt war es Zeit, meine Fixierungserdbeeren anzubringen. Dafür habe ich vorher eine Bleistiftmarkierung gemacht, ungefähr in der Höhe, in der ich meine Iselkarte aufgestellt haben möchte. Nun wird mein Erdbeertopf fixiert. Ich verwende dafür Kleber auf der Rückseite des Erdbeertopfes und auch knapp unter der Faltkarte auf der Iselkarte, damit der Erdbeertopf an dieser Stelle auch schön fixiert ist. Eigentlich ist meine Karte damit fertig, aber ich möchte noch ein paar Verzierungen aufbringen. Und dazu verwende ich zwei Produkte, die ebenfalls im Tonic Kit enthalten sind, nämlich einerseits das Nuvo Crystal Drop Red Berry, mit dem ich hier die Punkte auf der Karte schön verteile, und andererseits das Nuvo Crystal Glaze. Das ist eine durchsichtige, dickflüssige Flüssigkeit, die so einen schönen Emile-Effekt erzielt auf dem Papier. Sie trocknet auch durchsichtig, aber sie macht diese Erdbeeren so richtig schön zum Anbeißen. Der Effekt hat mir dann so gut gefallen, dass ich das Crystal Glaze auch für die Blume auf der vorderen Seite meiner anderen Karte noch verwendet habe. Und damit ist auch meine zweite Karte für heute fertig. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ein bisschen dazu inspiriert hat, vielleicht auch eine Iselkarte zu basteln. Oder macht ihr das eh dauernd? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like oder einen Kommentar da lasst, oder vielleicht sogar meinen Kanal abonniert, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, Servus! Ich würde mich sehr freuen, bis zum nächsten Mal.